Die Wild Wings TV Pressekonferenz wird Ihnen präsentiert von Aromadeck. Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Vielen Dank und vielen Glück auf das Spiel, Niklas. Niklas, dein Statement? Ja, erstmal guten Nachmittag. Glückwunsch zum Don und München zum Sieg heute. Es war ein sehr gutes Eishockeyspiel, es war eng auf beiden Seiten. Es war ein Checkingspiel, hoch und unten. Ich würde sagen, das erste, dritte war vielleicht ausgeglichen. Das zweite war München viel besser als uns. Und das letzte kam zurück. Wir probierten die Scheibe ein bisschen mehr zu halten und ein bisschen weg von Münchens Trück, die wir machen wollten auf uns. Die Jungs kämpfen zurück und wir kriegen 2-2. Ich dachte, es geht zum Overtime, aber leider hat München einen Weg gefunden für die 3-2-Tore und das Game-Winning-Tore da machen. So ist das. Das war ein gutes Eishockeyspiel. Und wir kämpfen weiter. Jetzt haben wir München. Sorry, Mannheim nächstes Spiel. Aber wie gesagt, ich bin zufrieden mit der Mannschaftsleistung. Kann man nichts sagen. Alle 100% gegeben. Und München hat auch sehr stark gespielt heute, muss ich sagen. Die machen viel Druck und die Läufer ist stark in den Vorcheck. Das war ein gutes Eishockeyspiel. Danke. Both of you, der von Joachim Eriksson, Schwenninger, Wild Wings Goalie. What do you think about the performance? The Schwenninger Goalie? Ja. Oh, ja. War sehr heiß. Die ganze Saison hat er sehr stark im Tor gespielt. Niklas, du noch? Ja, ich sage auch, es war eine gute Leistung. Ich glaube, es hat über 45 Schüsse gemacht heute. Wie gesagt, es hat viel Druck gemacht da und Eichsson hat es gut gehalten. Das ist so. Klar, wir kriegen drei Gegentore. Wenn man so ein Mannschaft wie München, dann muss man so viel wie möglich das Gegentore unten halten. Aber Joachim hat ein sehr gutes Spiel für uns gemacht. Danke. Okay. Ja, erstmal muss jetzt die Spiele analysieren und anzuschauen bevor wir anfangen, die nächsten Spiele vorbereiten. Aber wie gesagt, ich würde nicht heute sagen, wo du spielst. Aber wahrscheinlich ist es eine große Chance, dass Joachim gegen Mannheim spielen. Nein, ich finde es gut, wir weiterspielen. Ist klar, es sind zwei Titelfavoriten, wir spielen München-Mannheim. Es ist ein gutes Eisshoch gespielt für uns. Und wir haben genug trainiert. Und es ist eigentlich für ein Play-Off, wenn es so fünf, sechs Spiele hintereinander in zwei Wochen ist. Ich finde es gut, es macht Spaß. Wie gesagt, jetzt analysieren wir dieses Spiel und anfangen zu vorbereiten. Nein, es ist gut, wir spielen. Und München hat gut gespielt. Es ist so, ehrlich, ich muss sagen, München hat wenig zugelassen heute gegen uns. Also, der hat schon gut defensiv gestanden. Wir wissen, München wollen einen Druck auf uns machen und aggressiv spielen mit der Verträdigung und so. Aber das letzte Spiel hat fünf, sechs Gegentore gehackt und heute vielleicht hat er enger gespielt. Und das sieht man auch, es waren nicht viele Torschancen generiert. Das stimmt. Und das würde ich sagen, der München hat gut gespielt. Da ist so viel Platz für uns gelassen. Und er hat eine gute defensive Leistung gebracht. Ja, okay, jetzt sind wir auf Mannheim. Ich habe schon ein paar kleine taktische Änderungen, die wir machen in general in Mannheim. Erstmal, wie gesagt, wir analysieren dieses Spiel Nummer eins. Aber dann, das Wichtigste ist der Start. Das letzte Spiel in Mannheim war Nürnberg, ist es da in der Anfangphase, also zehn Minuten. Da müssen wir mitbringen, wir sind direkt auf das Get-Go bereit. Und da werden wir ein paar kleine taktische Änderungen machen auch. Aber wir wollen viel laufen gegen die auch und direkt von Anfang an. Was genau wir machen, würde ich nicht jetzt sagen. Ja, der hat die Power über zwei Tore gemacht da am Ende. So klar, wir hatten drei Reihen, ausgeglichene Reihen, der spielt viel Eissheit und dann haben wir eine gute vierte Checking-Reihe. Der war okay heute, die Oliver McQueen-Reihe. Weißt du, du gehst in Wellen, ein Tag ist eine Reihe besser als eine andere und wie gesagt, alle drei Reihen kämpfen gut. Bis zum nächsten Mal.